Du willst wissen, wie teuer dein Deck ist? Kein Problem, ich zeig's dir! Ja, heute geht es etwas ganz Besonderes, denn wir gucken eine neue Funktion bei Card Cluster an. Ja, Card Cluster ist eine Plattform, die wir auch öfter nutzen hier im Videos, um eben neue Sets zu zeigen, aber auch Bandlist, beziehungsweise auch eben Turniere. Und hier gibt es ein riesengroßes Update, die einiges ändert, und zwar die Geldfunktion, also beziehungsweise wie teuer eine Karte wert ist. Wenn wir zum Beispiel hier eingeben, sagen wir mal SP Little, also SP Little Knight, ist natürlich eine ziemlich teure Karte, geben wir rauf und dann sehen wir hier, oha, die geht aktuell 100 Euro. Und wenn man hier seht, sehen wir hier direkt drauf, verlinkt auch, wir können hier mal raufklicken, und dann sehen wir hier, es lädt und dann haben wir hier direkt SP Little Knight bei Kartenmarket und dann können wir das Ganze eben gucken und das Ganze eben auch hier kaufen, theoretisch, also wenn der sich einloggt und so weiter. Also wir haben hier eine Statistik. Jetzt fragen wir uns natürlich, welche Statistik das ist, also welche Zahlen, wenn ihr hier abgeklagt habt. Nein, es ist nicht der günstigste Käufer. Wenn ihr hier zum Beispiel seht, hier aktuell der günstigste Käufer, 92 Euro, hier steht aber 99 Euro, wie kann das sein? Naja, das ist der Durchschnittspreis, bedeutet also alle verkauften Karten im Durchschnitt, ja, eben aufgrund des Datums und dann kommt eben diese Zahl zustande. Denn oft ist es ja so, dass Karten verkauft werden, zum Beispiel Karten werden über 100 Euro, unter 100 Euro, liegt natürlich auch in den Sprachen, manche werden in Spanisch verkauft, manche in Italienisch, Englisch, Deutsch und dann variiert der Preis natürlich. Das ist eben, wie gesagt, der durchschnittliche Preis, von daher ist das nicht der exakt billigste Preis gerade zur Verfügung, aber wir haben ein Richtwert und der Richtwert ist ziemlich gut, weil man dann doch erkennen kann, wie teuer die Karte im Schnitt so ist. Wie gesagt, man muss natürlich nochmal nachgucken, aber im Schnitt zeigen wir uns das Ganze eben an. Wir sehen hier ebenfalls, wenn man hier mal runterscrollt, dass auch natürlich die verschiedenen, ja, Seltenheitstufen der Karten ebenfalls unterschiedlichen Wert haben. Wir sehen hier 450, Schnapper, nehme ich doch mit. Wir können aber auch IP angucken, IP hat ja schon ein bisschen mehr Prints, wie wir hier sehen und dann sehen wir hier zum Beispiel, dass wir hier eben, genau, das hier sind noch nicht erschienene Prints, bedeutet also hier sind natürlich keine Preise vorhanden, ist ja logisch. Aber wir gucken hier, wir haben hier einmal die Quarter Secret Rare für 150 und dann haben wir hier 3 Euro, 7 Euro, 6 Euro, 6 Euro, 5 Euro und nochmal 730 Euro für die Starlight Rare. Also ihr seht also, hier gibt es eben alle Seltenheitsstufen. Und jetzt fragen wir uns hier natürlich, ja, okay, was wollen wir das bringen? Naja, ich sag mal so, oft wurde auch gesagt, Snake Eyes ist so ein teures Deck, kostet über 1000 Euro. Oh, wer will denn 1000 Euro für das Deck ausgeben? Naja, gucken wir uns einfach mal an. Nehmen wir hier rein, let's say yes hier, ja, Snake Eye hat das Ganze gewonnen. Okay, gucken wir mal an hier, Snake Eye und boom, neues Update hier, ebenfalls Preis komplett drin. Und wir sehen hier, Snake Eye kostet keine 1000 Euro aktuell mehr, Snake Eye kostet 817 Euro. Das ist ja interessant, das ist also, das Deck ist schon gedroppt als solches und wie gesagt, das ist der Durchschnittspreis, bedeutet auch hier, das Deck ist noch ein bisschen billiger als eher teurer, bedeutet also, ja, wie gesagt, es kostet wahrscheinlich ein bisschen unter 800 Euro. Und wir sehen hier also, dieses komplette Deck kostet unter 800 Euro. Klar, immer noch teuer, aber es geht jetzt um den Richtwert, den man hat, weil es wird immer gesagt, ja, das 1000 Euro, das 1000 Euro Deck. Naja, ich finde 1000 Euro ist eine hohe Zahl, klar, und auch 800 Euro ist eine hohe Zahl, aber es sind 200 Euro Differenz, das ist schon eine Menge. So, was wir natürlich jetzt schon machen können, ist zu gucken, wie die Decks im Verhältnis sind, weil oft sagt man ja, ja toll, du hast mal deinen 1000 Euro Deck natürlich gewonnen, wie gesagt, das ist kein 1000 Euro Deck mehr, aber gucken wir uns mal an, wir haben hier Librarians, wir haben hier Cash Snake Eye, wir haben auch Fire King Snake Eye, wir haben auch Branded, sogar 60 Karten, dann haben wir noch hier Runic, wir haben Flanderies und dann haben wir natürlich auch Runic Stun, sehr schön, und Waceless Voice haben wir auch noch, nehmen wir natürlich auch nochmal mit Rein und Pearly, komm, nehmen wir mit. Und jetzt können wir die ganzen Decks vergleichen, das finde ich ziemlich cool. Wir haben jetzt eben, wie gesagt, Snake Eye um die 800 Euro, dann haben wir hier Librarians, Librarians ist dann nur um die 400 Euro. Im Vergleich natürlich die Hälfte und, ja, erster, zweiter Platz, man könnte jetzt böse Zungen, könnten sagen, okay, du musst das Doppelte ausgeben, um eine Waceless zu gewinnen, nein, musst du natürlich nicht, beide hätten hier das Duell definitiv gewinnen können, aber ich wollte einfach nur sagen, das ist hier eben der Ansatz, also finde ich sehr cool, also dass man hier eben sieht, okay, so teuer, aber es ist das billigste Deck, wo man toppen kann, nein, wir haben natürlich noch Cash Steherer mit Snake Eye, ist ein bisschen teurer als Pures, wie jetzt erwartet, nein, man hat natürlich den Cash Steherer-Inje drin, dann haben wir dann weitere Fire King Snacker, Fire King Snacker ist deutlich günstiger, weil wir ja auch auf gewisse Synchros nicht zurückgreifen müssen, von daher sind wir hier natürlich ein bisschen billiger, aber auch Branded ist, ja, ich sag mal, nicht billig, ne, hier reden wir von 400 bis 500 Euro Deck und da fällt mir was auf, und zwar, wie gesagt, 1000 Euro Deck, klar, schlechthin, ne, teures Deck, definitiv, aber Branded ist ein Deck, was schon ewig existiert und ich hab noch niemanden gehört, boah, also Branded, das ist ja schon ein bisschen so teuer, ja, okay, ne, Qem, ähm, äh, Kastasia und Qem sind Karten, die echt sehr teuer sind, ne, ich glaub, es sind auch die teuersten Karten, die hier ausmachen, ne, ja, Qem, 45 Euro, ich glaub, darüber hat sich schon der ein oder andere mal beschwert, aber es geht ums Prinzip, ist halt eben ein Metadeck und das Ganze ist dann hier so um die 400, 500 Euro, weiter geht's aber, Runic Planner Patrol, ja, damit kann man auch toppen, 200 Euro, ja, ironisch, ne, und dann haben wir hier Flunderies, Flunderies ist auch gar nicht so billig, wie man sich das vorstellt, Flunderies denkt man, da ist also das Billodeck schlechthin, hat ja auch 100 Reprints, naja, aber nichtsdestotrotz sind kostenländige Arten eben Geld und wir sehen hier eben, dass das Ganze, das ist hier eben so und das liegt vor allem hier natürlich in diesem Fall an Stoß der drei Taktiken, bedeutet, wir haben hier Stoß der drei Taktiken, wir haben einen Typhon hier drin, einen Zugangskodiersprecher und noch eine SP Little Knight und wenn wir diese Karten alle abziehen, ist das Deck dann deutlich günstiger, weil dann haben wir 100 Euro weniger, sind wir schon bei 250, dann nehmen wir nochmal, äh, zweimal Trust raus, dann sind wir schon bei 150 Euro, dann nehmen wir noch den Typhon raus, äh, und den Access Code und dann sind wir schon nur noch bei 100 Euro Deck. Ihr merkt, ähm, einzelne Karten sind sehr teuer, definitiv, aber wie gesagt, das Deck solches ist gar nicht so teuer, auch wenn es doch so scheint, ne. Dann kommen wir hier zu Runic Stun, ja, Stun, ey Leute, Stun ist ja, haha, ein Deck, was sie alle mögen natürlich, aber ihr seht, es ist gar nicht so teuer, ne, hier 200 Euro und davon ist allein SP Little Knight natürlich, äh, die 100 Euro Karte, bedeutet, also wir haben hier eine 100 Euro Karte, dann zweimal eine 70 Euro Karte, und der ist jetzt nur Kleinkram, dieses Deck kostet wirklich gar nichts, aber ist sehr interessant, das mal zu sehen, so einfach hier im Vergleich. Dann haben wir hier nochmal Voiceless Voice, entgegen, sehr teuer, wir haben hier ein 500 Euro, ähm, ja, doch, ist ein bisschen teurer, ne, kommt dann in die Range von Branded und, ja, wie gesagt, Snake Eyes und die on top nochmal so 300 Euro mehr im Schnitt, also, ja, Snake Eyes ist definitiv das teuerste Deck aktuell, aber wir merken, so ein Meta-Deck kostet dann doch schon mal seine 400, 500 Euro, vor allen Dingen eben allein, wenn man einfach SP Little Knight spielen möchte, hier haben wir das gute Stück, ja, dann sind es natürlich schon 100 Euro weg, ne, also ist natürlich ganz klar, und dann gucken wir uns nochmal an, was wir hier haben, wir haben ja nochmal Pearly, Pearly ist 330 Euro, da muss ich auch sagen, hätte ich sogar gesagt, dass es ein bisschen billiger ist, aber natürlich auch hier, wir haben hier gewisse Karten drin, die eben Geld kosten, wir gucken mal rein, was kostet hier bei uns für Geld, meine Freundin kostet aktuell 10 Euro, ändert sich natürlich höchstwahrscheinlich mit der Reality Collection 2, aber trotzdem ist das Ganze hier, Außerungsformat 18 Euro aktuell, auch sehr, sehr teuer natürlich, teure Karte, dann haben wir hier, wie gesagt, der Teil von hier ebenfalls 35 Euro, wo der SP Little Knight wieder 100 Euro, und wenn wir das alles wieder abziehen, sind wir dann doch bei einem sehr günstigen Deck, ihr merkt also, eigentlich können wir allen Decks einfach grundsätzlich 100 Euro mindestens abziehen, weil es halt immer SP Little Knight ist, und bei Snake Eye auch, Snake Eye ist nicht 800 Euro teurer, weil Snake Eye, Snake Eye ist, sondern weil dann SP Little Knight mit drin ist, also 700 Euro, ja klar, der Rest ist auch teuer, wenn wir hier reingucken, ne, die Abelster Engine ist nicht billig, ist aber im Verhältnis doch sehr gedroppt, so damals gesucht, eben Wanted ebenfalls auch gedroppt, Leuchtfeuer immer noch bei 55 Euro im Schnitt, ist natürlich sehr, sehr teuer, aber ja, es ist halt das Metadeck, was soll ich sagen, was soll ich sagen, aber wir sehen hier auch, das Part ist sehr, sehr teuer, wir teifeln, dann Großeländer Wutphoenix, auch sehr teuer aktuell, natürlich hier drin, und dann sehen wir ein neues P Little Knight mit 100 Euro, wie gesagt, das ist natürlich, ja, sehr, sehr, sehr teuer, oh, wir wollen gar keine Starthand ziehen, hier haben wir die Galerie nochmal, wir haben die Ansicht, ich finde es sehr cool, diese Funktion, jetzt können wir eben sehen, wie viel Wert ein Deck ist, und nicht nur ein Schätzwert von wegen so, ja, ja, wird schon um die 1000 Euro sein, nein, nein, wir haben schon einen ziemlich genauen Wert, was ziemlich nice ist, gefällt mir sehr gut, dieses Update auf jeden Fall, dass man den exakten Wert hat, und das Besondere natürlich ist, dass das Ganze nicht nur für Decks, die getoppt sind, zutrifft, nein, 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 auch Decks, die ihr euch einsteht, ich hier zum Beispiel neue Decklisten, das sind Decklisten von Zuschauern, und wenn wir zum Beispiel gucken, mal, Nadium hier, okay, scheinen von Team 6MRI zu sein, die Liste, und wir gucken mal an, ja, 480, ja, läuft, aber wenn wir jetzt hier gucken, wir haben hier Counterferries, okay, hier hat jemand Counterferries gebaut, 50 Euro, ja, man, Leute, habt ihr Bock auf Counterferries, wir haben hier 50 Euro, ist ein billiges Deck, würde ich sagen, was haben wir denn noch, gucken wir hier mehr, also ihr seht, man kann hier einiges machen, und das Besondere natürlich ist, dass ihr auch ebenfalls hier natürlich eure Sammlung machen könnt, ihr seht ja schon, Collectors Manager, das heißt, ihr könnt auch gucken, wie teuer eure Sammlung im Wert ist, aber auch eben eure Decks, und ihr könnt eben einfach manuell eure Decks hier ebenfalls eintragen, und könnt dann eben gucken, wie teuer das Ganze ist, hier sehen wir nochmal Tempai, zum Vergleich 290, hier ohne, ohne das gute Stück des Teuren, haben wir hier, haben wir, ja, ja, hier ist er mit drin, genau, hier ist er mit drin, und ihr sehen, wir sehen ja gleich hier direkt, ja, ne, die 10 Euro Karte, die Super Rare ist definitiv teuer, Topf des Wohlstandes ist natürlich auch noch nicht billig, aber dann des Partes teuer, dreiköpfiger Drache, natürlich absurd, und ja, groß halbender Wut ist jedenfalls drin, genauso wie SP Little Night, und wenn wir das wieder alles addieren, ist das Deck dann doch wieder nicht so teuer, ihr merkt, einzelne Karten sind momentan sehr teuer, insgesamt aber das Spiel selber, also die ganzen Korts, sind gar nicht so, so teuer, also finde ich es auf jeden Fall sehr nice, dass man hier einen Überblick hat, also Leute, falls ihr wissen wollt, wie teuer euer Deck ist, oder eure Sammlung, oder ähnliches, einfach mal hier raufgehen, ihr könnt das Ganze sehen, und wie gesagt, auch hier, wenn man eben guckt, Legacy of Destruction, okay, hm, ja, hier neue Illusion-Monsters, das ist doch nice, was kostet das, oh, 15 Euro, ja, okay, 15 Euro ist ganz nett, und wie gesagt, wenn du kaufen willst, dann direkt draufklicken, fertig, wenn du eingeloggt bist sogar, kannst du sofort hier Einkaufswagen packen, guck mal, 11 Euro, der Schnitt hier ist hier von 16 Euro, also von daher sehr, sehr nice, sehr, sehr nice, gefällt mir die Funktion, gefällt mir sehr gut, und das ist das neue Update, und das wollte ich euch einfach mal näher bringen, weil man jetzt eben exakt sagen kann, ungefähr natürlich, Richtwert, wie teuer ein Deck ist, und das finde ich sehr, sehr nice, weil wir sonst immer nur Vermutungen betrachtet haben, und wenn irgendwann mal eine Zahl im Raum statt, wie eben diese 1000 Euro, dann sagt man einfach ewig gesagt, ja, ist nicht geil, das 1000 Euro, der, wie gesagt, ist gar nicht mehr so, also Leute, ja, was haltet ihr von diesem Update, findet ihr das gut oder nicht, schreibt mal in die Kommentare, und ich würde sagen, das war's von mir, und bis bald!